Herzlich Willkommen zur Sonnenfinsternis im Steinberg, die hier ausgerechnet am zweiten Weihnachtsfeiertag in der ersten Dekade Steinberg stattfindet. Diese Sonnenfinsternis könnte man wirklich als eine Art kosmischen Weihnachtsmann bezeichnen, denn sie ist ungewöhnlich reichbestückt. Die Sonne und der Mond im Steinberg bilden hier eine enge Konjunktion zu Jupiter. Jupiter ist der große Wohltäter in der Astrologie. Jupiter trägt den Beinamen Fortuna Major, was so viel wie großes Glück bedeutet. Zudem befindet sich auch der Kleinplanet der Asteroid Fortuna hier in direkter Konjunktion zur Sonne, zum Mond und zu Jupiter im Steinberg. Na, wenn das mal kein Glück bedeutet. Diese Konstellation im Steinberg bildet wiederum einen harmonischen Aspekt, ein Trigon zu Uranus im Stiel und auch einen dynamischen Aspekt zu Chiron im Widder. Da diese Sonnenfinsternis am absteigenden Mondknoten im Steinberg stattfindet und da es bei einer Sonnenfinsternis darum geht, Altes loszulassen, geht es mit dieser Sonnenfinsternis ganz speziell darum, das Alte hinter uns zu lassen, was natürlich besonders zum Jahresende uns entgegenkommt, um hier Raum zu schaffen für etwas Neues. Der absteigende Mondknoten bewegt sich von Ende 2018 bis Mai 2020 durch den Steinberg und der aufsteigende Mondknoten läuft zeitgleich durch den gegenüberliegenden Krebs. Während der absteigende Mondknoten anzeigt, was wir hinter uns lassen sollten, was uns davon abhalten kann, in unsere Kraft zu kommen und mehr Erfüllung im Leben zu finden, symbolisiert der gegenüberliegende aufsteigende Mondknoten sozusagen unseren Nordstern, an dem wir uns in diesen Zeiten orientieren sollten. Hier geht es also darum, dass wir uns von patriarchalen Vorstellungen verabschieden. Denn im Steinberg geht es um das Patriarchat und das ist natürlich nicht mit einer einzigen Sonnenfinsternis im Steinberg getan. Hier handelt es sich um einen jahrelangen Prozess, den wir durchlaufen. Pluto läuft bereits seit 2008 durch den Steinberg. Mittlerweile befinden sich auch Jupiter und Saturn im Steinberg und von daher ist das wirklich eine langfristige Entwicklung, also ein langfristiger Prozess, den wir auf individueller Ebene durchlaufen, den wir aber auch auf kollektiver Ebene durchlaufen. Diese Achse Krebs-Steinberg ist die sogenannte Eltern-Kind-Achse. Während es im Krebs um unser Innenleben geht, um unser Familienleben, um unser Privatleben, um unser Emotionalleben geht es im gegenüberliegenden Steinberg um unser öffentliches Leben, Karriere, Beruf, Status in der Gesellschaft. Und das heißt natürlich nicht, dass wir in diesen Zeiten, in denen sich der absteigende Mondknoten durch den Steinberg bewegt, hier alle uns nur noch um unser Privatleben kümmern sollten. Aber es heißt dennoch, dass wir halt in diesen Zeiten verstärkt Wert darauf legen sollten, dass wir halt emotionale Erfüllung finden im Beruf. Also sprich, dass unser Innenleben unseren Beruf bereichern kann und dass unser Beruf uns auch emotionaler Befüllung gilt. Und diejenigen von euch, die halt, wie gesagt, der absteigende Mondknoten läuft ja bereits seit Ende 2018 durch den Steinberg, die halt speziell auch im Jahr 2019 das Gefühl hatten, dass sie hier beruflich sehr unzufrieden sind, dass sie hier immer und immer wieder auf scheinbar unüberwindliche Probleme stoßen, die sind nun aufgefordert, mit dieser Sonnenfinsternis sich wirklich zu fragen, woran könnte das liegen? Also ist man hier eventuell in einem Beruf, der einem halt emotional überhaupt nicht liegt oder der einem vielleicht zu sehr auf die Gesundheit schlägt? Wir haben mit dieser Sonnenfinsternis hier eine fantastische Chance, wie gesagt, einen großen Neuanfang zu machen. So wie ein normaler Neumond uns jeden Monat die Möglichkeit gibt, hier alte Dinge abzuhaken und uns auf etwas Neues einzustellen, ist eine Sonnenfinsternis sozusagen ein zigfach potenzierter Neumond, der uns langfristig darin unterstützen will, hier etwas Großes, Altes hinter uns zu lassen, um Raum für etwas Neues zu schaffen. Im Steinberg sollten wir uns immer fragen, ob wir unseren eigenen Berg besteigen. Der Steinberg symbolisiert einen Bergsteiger, also jemanden, der ein hohes Ziel vor Augen hat und der alles daran setzt, dieses Ziel zu erreichen. Und dadurch, dass wir im Steinberg enorm vergangenheitsorientiert sein können, weil wir hier auf unseren tiefliegenden Strukturen aufbauen, die natürlich für uns alle mit unserer Kindheit zusammenhängen, können wir hier manchmal einen Werdegang verfolgen, also zum Beispiel uns auf eine Karriere einlassen, die eigentlich mehr unseren Eltern gefällt als uns. Also meinetwegen, wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, in der es viele Ärzte gibt, dann ist es vielleicht Familientraditionen, dass man selbst nun auch Medizin studiert und dass man selbst auch Arzt wird. Und wenn einem dieser Beruf wirklich liegt, dann ist das natürlich wunderbar, denn positive Traditionen sollten natürlich weitergeführt werden. Aber wenn man halt diesen Berg sozusagen nur seiner Familie zuliebe bestellt, dann kann man nach einigen Jahren oder im ungünstigsten Fall erst nach einigen Jahrzehnten eventuell feststellen, dass man sein Leben lang den falschen Berg bestiegen hat. Ja, also von daher ist es nun wirklich von größter Wichtigkeit, dass wir uns fragen, ob wir das Gefühl haben, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und das heißt natürlich nicht, dass wir nicht mit kleineren Schwierigkeiten arbeiten sollten, dass wir hier nicht immer wieder auch in einem Beruf, der wie für uns gemacht ist, auf Schwierigkeiten treffen können. Ja, also in jedem Beruf, auch in unserem absoluten Traumberuf, werden wir auf irgendwelche Probleme stoßen. Aber es geht hier wirklich um langfristige Zyklen, wie gesagt. Und von daher sollten wir uns hier fragen, ob wir uns hier fragen, ob wir denn das Gefühl haben, dass wir halt schon langfristig sehr unzufrieden in unserem Beruf sind. Ja. Und da diese Achse Krebs-Steinburg halt so viel auch mit unserer Familie, mit unserem Emotionalleben, mit unserem Zuhause zu tun hat, sollten wir uns speziell, speziell da die Sonnenfinsternis nun auch zum Familienfest, Weihnachten stattfinden, halt auch fragen, ob es eventuell bestimmte familiäre Probleme gibt, die unbedingt geklärt werden müssen. Ja. Also wo man halt immer, Entschuldigung, wo man halt immer und immer wieder mit einem bestimmten Familienmitglied oder vielleicht auch mit mehreren hier sich im Kreise dreht. Wo man immer wieder das Gefühl hat, gegen eine Wand zu laufen, wo man immer wieder auf die gleichen Probleme stößt. Denn darum geht es mit dem absteigenden Mondknoten, dass wir hier das Gefühl haben können, auf der Stelle zu treten. Dass wir hier das Gefühl haben können, gegen eine Wand anzureden und immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert zu werden. Und da diese Finsternissen, wie gesagt, genau zu Weihnachten stattfinden, sollten wir uns natürlich fragen, ob wir hier vielleicht vor Weihnachten noch bestimmte Dinge mit gewissen Familienmitgliedern klären wollen, damit es ein harmonisches Weihnachtsfest wird. Oder aber in Extremfällen, ob wir denn Weihnachten überhaupt mit unserer Familie verbringen wollen. Denn Weihnachten sollte ja eigentlich das Fest der Liebe sein. Und für uns alle, uns allen steht ein Fest der Liebe zu. Und während für einige von uns Familie das Schönste im Leben überhaupt ist, kann für andere von uns Familie das Schrecklichste überhaupt sein. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Stufen dazwischen. Und wie gesagt, kleinere Probleme kommen natürlich auch in der besten Familie vor. Aber wenn man es hier mit einem bestimmten Familienmitglied zu tun hat, das ein missbräuchliches Verhalten an den Tag legt. Und wo sich hier gewisse Dynamiken, wie gesagt, im Steinbock geht es um ganz tiefliegende Strukturen. Im Steinbock geht es um die Rolle, die wir in einer bestimmten Familie einnehmen. Und die natürlich auch alle anderen Familienmitglieder einnehmen. Und von daher kann es hier zu sehr eingefahrenen Dynamiken kommen, wo wir uns dann unter Umständen mit 35 oder manchmal sogar mit 65 noch in einer Art Eltern-Kind-Dynamik wiederfinden, wie wir sie halt schon aus unserer Kindheit kennen. Und es gibt ja im spirituellen Bereich diesen schönen Spruch, du denkst, du bist spirituell, dann besuche für ein Wochenende deine Familie. Sie werden alle deine Knöpfe drücken, denn sie haben deine Knöpfe gebaut. Ja, und von daher können wir natürlich gerade im familiären Umfeld, wo sich halt bestimmte Dynamiken so eingespielt haben, hier enorm getriggert werden. Und darum geht es halt auch bei dieser Finsternis, die hier in Spannung zu Chiron im Wetter stattfindet. Denn Chiron symbolisiert sehr sensible Punkte in unserer Psyche. Chiron symbolisiert bestimmte emotionale Wunden, manchmal auch körperliche Wunden oder natürlich wie gesagt auch psychische Wunden. Und von daher kann diese Eklipse uns hier auch enorm triggern. Ja, aber wenn das so ist, dann sollten wir das nicht als eine Art Strafe ansehen, sondern wirklich als, wie gesagt, eine Art kosmisches Weihnachtsgeschenk, das uns hier dazu verhelfen will, bestimmte problematische Dynamiken aufzulösen oder sie zu verändern. Und ich möchte hier auch eine Lanze brechen für diejenigen von euch, die den Kontakt zu bestimmten Familienmitgliedern aufgrund von Missbrauch zum Beispiel eingeschränkt haben oder aber vielleicht auch ganz abgebrochen haben. Im Steinbock können wir uns zutiefst verpflichtet fühlen und manchmal geht es hier um richtige Verpflichtungen, manchmal geht es hier aber auch um falsche Verpflichtungen. Ja, also keiner von uns ist dazu verpflichtet, sein Leben damit zu verbringen, in einer Familie zu verweilen, in der er oder sie Missbrauch erlebt. Ja, und da ist nach wie vor, das ändert sich zwar glücklicherweise in diesen Jahren, in den Pluto durch den Steinbock läuft, gewaltig, aber nach wie vor ist es ein Tabuthema, den Kontakt zum Mutter abzubrechen, den Kontakt zum Vater abzubrechen oder zu den Geschwistern abzubrechen. Und von daher möchte ich das hier in aller Deutlichkeit nochmal sagen, dass keiner von uns dazu verpflichtet ist, einem missbräuchlichen Familienmitglied gegenüber oder natürlich überhaupt auch einem missbräuchlichen Partner oder Chef gegenüber die Stange zu halten und sich hier in irgendeiner Weise verpflichtet zu führen. Wenn wir hier zu etwas verpflichtet sind, dann sind wir dazu verpflichtet, einem missbräuchlichen Verhalten gegenüber Grenzen zu setzen. Denn darum geht es im Steinbock, hier spielen Grenzen eine außerordentlich wichtige Rolle und das tun wir dann in dem Fall nicht nur uns selbst zuliebe, sondern auch demjenigen gegenüber, der halt ein missbräuchliches Verhalten zeigt. Denn auch für diese Person ist das natürlich eine absolut ungesunde Dynamik. Liebe Leute, eine Sonnenfinsternis gibt uns, wie gesagt, außergewöhnliche Chancen, hier reinen Tisch zu machen und einen tiefgreifenden, umfassenden Neuanfang zu machen. Altes hinter uns zu lassen und endgültig loszulassen. Wie gesagt, ist das nicht mit einem Tag getan. Sprich, das wird natürlich nicht alles direkt am 26.12. passieren. Aber eine Sonnenfinsternis ist halt ein außergewöhnliches Ereignis. Bei einer Sonnenfinsternis öffnet sich sozusagen ein Fenster zum Kosmos, durch das neue Energien, neue Informationen zu uns auf die Erde geladen. Dementsprechend ist eine Sonnenfinsternis eine Art kosmisches Update. Und hier geht es darum, dass wir uns hier öffnen, empfänglich machen und diese neuen Energien und neuen Informationen dann Stück für Stück in den kommenden Monaten integrieren. Alles im Universum ist letztlich manifestierte Energie. Also jede Form, jeder Himmelskörper und natürlich auch wir Menschen bestehen letztlich aus Sternenstern. Und die Erde, die Sonne, der Mond, die halt eine so große Rolle bei einer Sonnenfinsternis spielen, sind halt aus ähnlichen Urstoffen entstanden, wie auch wir Menschen. Und dementsprechend können wir hier auf einer feinstofflichen Ebene mit diesem Fenster zum Kosmos, das sich bei der Sonnenfinsternis für uns öffnen, halt diese neuen Energien und neuen Informationen aufnehmen. Liebe Leute, wie immer habe ich einen ausführlichen Text zur Sonnenfinsternis auf meinem Blog gepostet. Ihr könnt ihn euch gerne durchlesen, falls ihr es noch nicht getan habt. In diesem Text beschreibe ich dann bestimmte Aspekte dieser Zeitqualität noch mal wesentlich ausführlicher und auch wesentlich tiefgehender. Wie immer könnt ihr euch natürlich auch gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu dann speziellen astrologischen Themen, die halt besonders für diejenigen von euch geeignet sind, die sich schon näher mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf meine Webseite gehen und euch dort über meine Arbeit informieren. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Uns allen wünsche ich eine erfolgreiche Sonnenfensternis und natürlich ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest. Ganz gleich, ob ihr das nun mit eurer Ursprungsfamilie feiert, ob ihr das mit eurer eigenen Familie, die ihr später im Leben als Erwachsene gegründet habt, feiert, ob ihr das vielleicht mit eurer Wahlfamilie im Freundeskreis feiert, ob ihr es vielleicht auch ganz alleine feiert oder irgendwo in weiter Ferne im Urlaub feiert. Jedem von uns steht, wie gesagt, ein Fest der Liebe zu. Alles Gute, bis bald, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!